Dass der Herr uns sieht, dass er dich sieht, dass der Vater dich sieht, dass dieser Blick da ist. Das ist ja nicht positives Denken. Wir stellen uns nicht etwas vor, was gar nicht da ist, sondern wir kommen zurück in eine Realität, die absolut da ist, die total objektiv da ist. Danke, Herr, für diesen Blick, dass der immer da ist. Und wenn du willst, dann kannst du einfach mal laut nachbeten. Das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern es ist eine Hilfestellung. Manchmal weiß man nicht genau, wie man das in Worte fassen soll. Nur für die von euch ist das, ansonsten kannst du auf jede andere Art und Weise mitbeten oder auch gar nicht mitbeten. Herr, ich will leben unter deinem Blick. Und ich bröche heute mit der Menschenform. Ich bröche heute mit dem Leben unter dem Blicken der anderen. Das musst du jetzt in zwei Richtungen personalisieren. Erstens, wenn du merkst, es gibt eine bestimmte Person oder eine bestimmte Gruppe von Personen, denen du eigentlich ständig noch gefallen willst und es ist nicht vom Herrn, dann musst du das jetzt durchschneiden. Ich muss einfach sagen, ich schneide mich ab von diesem Ding, von diesen Stricken hier, was wir hier gesehen haben. Oder wenn du merkst, eine dieser Themen von Menschenfurcht, sei es immer nicht zu vergleichen, oder sei es einfach Dinge nicht zu tun, die du eigentlich tun wolltest, oder Dinge nur zu tun, damit man dann dich lobt, mach das persönlich und tu dich nicht selbst verdammen, weil jeder ist betroffen von uns, es gibt dort nur Betroffenen. Aber mach es persönlich und sag, Herr, aus dem will ich raus mit deiner Hilfe. Sag ich das. Herr, wir brechen mit dieser Augendienerei, mit diesem Kasper-Theater, mit diesem Schlagseln. Wir brechen mit diesem Unsinn von Kontrollen, von Beschämung, von Lobhudelei und all dieser Krampf und Menschenfurcht und aber auch uns vergleichen, uns verdammen, uns niedermachen. Wir brechen mit dem Herr und stattdessen wählen wir ein Leben unter deinem Blick. Sag das noch mal laut. Ich wähle ein Leben unter deinem Leben. Mein Vater, der im Verborgenen ist, sieht mich und er ist mein Lohn. Herr, dein Blick ist mein Lohn. Dein Blick ist meine Heimat. Dein Blick ist meine Bestätigung. Dein Blick führt mich. In deinem Blick habe ich alle Beachtung, die ich brauche. Wirklich, mein Lieber, brich aus aus dieser Opferhaltung, die drauf wartet, dass dich endlich mal jemand beachtet. Hör auf mit dem Quatsch. Hör auf, geh raus. Warte nicht länger auf den Tag, wo endlich jemand dir mal sagt, wie toll du bist. Endlich. Weil es sieht nie jemand. Freunde, menschliche Liebe wird nie reichen. Dann beachten dich zehn Leute, aber dann kommt ein Elfter und dann bist du wieder deprimiert. Brich raus aus dem und erkläre, ich lebe nicht länger unter diesem Urteil. Es ist nicht meine Arme. Es ist nicht meine Bestimmung, darauf zu warten, dass jemand kommt, der dich streichelt. Come on, werden erwachsen. Du wirst ein Mann, eine Frau im Herrn. Und es bedeutet, deinen eigenen Stand unter dem Blick des Papas zu haben. Deine Bestätigung, das ist ein Prozess, man lernt es nach und nach, aber zu lernen, deine Bestätigung zu bekommen vom Herrn. Er ist dein Lohn. Er ist dein Lohn. Und er kann diese Sehnsucht nach der Achtung und Bestätigung in deinem Herzen tiefer erfüllen, als jeder Mann, jeder Partner, jede Frau, jeder Leiter, jedes Elternteil, wer auch immer. Er ist dein Papa und er ist zufrieden mit dir und er liebt dich und er ist dein Lohn und in diesem Blick ist alles, was du brauchst. In diesem Blick ist alles, was du brauchst für jeden Augenblick und wir empfangen diesen Blick her. Wir empfangen diesen Blick her. Wir stellen uns unter diesen Blick. Wir stellen uns unter diesen Blick her. Wir genießen diesen Blick. Wir stellen uns unter deinem Blick, Vater. Dein Blick, der Liebe. Du liebst uns. Du sagst, ich bin beim Wohlgefallen. Du sagst, ich liebe dich, mein Kind. Bedingungslos Ich weiß, dass du losst, dass du losst Schnell bist du in deiner Hand Nichts entgleitet dir, du bist Mehr herr ist als deine Größe und dein Hand Wenn die Welt vergeht, bist du Denn jeden Stern hebt dich sterben Als du in deiner Hand Nichts entgleitet dir, du bist Mehr herr ist als deine Größe und dein Hand Wenn die Welt vergeht, bist du Der Herr, der bleibt Nichts entgleitet dir, du bist Der Herr ist als deine Größe und dein Hand Wenn die Welt vergeht, bist du Der Herr, der bleibt Nichts entgleitet dir, du bist Der Herr, der bleibt Der Herr, der bleibt Wenn die Welt vergeht, bist du Der Herr, der bleibt